Ich bin ein Siegerländer Junge. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und man ist mit der Marke Kronbacher im Grunde immer irgendwie groß geworden. Man hat eine gewisse emotionale Verbindung auch mit der Marke und es macht einfach Spaß hier hinzukommen. Mit voller Freude die Tür aufzumachen und dann sind wir voll da und freuen uns auf diejenigen, die wir dann begeistern dürfen. Wenn auf einmal eine weibliche Biersommelierin da steht, dann gibt es erstmal verdutzte Augen, aber das ist eigentlich auch ganz witzig. Ich als Fommelier möchte die Interessenten begeistern. Ich möchte ihnen ein Stück dieser Leidenschaft beibringen. Ich möchte ihre Neugier wecken auf unsere Produkte. Ich finde es besonders spannend, weil viele Leute wissen gar nicht, was sie da erwartet bei einer Kronbacher-Sommelier-Tour. Der Blick hinter die Kulissen. Das hat nichts mit Vortrag zu tun, sondern am Ende macht man das gemeinsam und erlebt dann gemeinsam, was das Produkt Bier kann. Natürlich dann das große Highlight am Ende, ein Mehrgang-Menü mit den Kronbacher-Biersäuren. Der Besucher erlebt die Marke Kronbacher, wie er sie bisher noch nie gesehen hat. Er erlebt es mit allen Sinnen und er erlebt es vor allem sehr persönlich und es ist ein Muss, das erlebt zu haben. 8,000 Stundenángel, aber erste etwas bleiben. Ach so, Sachen Nathan und Mike oder der piorer Biedererheuren. Noch nehmen uns durch einenическойِ타 Sch difeitert. Auch die besten 31 Minuten haben los. Dann schauen uns zum Halper-Berner-Berner-Berner Amen. Aber das balen ist an Americans Corruption Mint vor. Dann gehen in die Sch referee und dann in der Sch expenditures emergen ears helt transactions Lancaster. Dann gehen gehen in die Nah Democrats. Dann gehen bei der Block Dongenzarte vor. Dann gehen hier schrí mich. Untertitelung des ZDF, 2020